Wir zahlen denen doch immer Geld. Wir spielen überhaupt nie ein Konzert, wo die kein Geld kriegen, die zu uns kommen. Ach du meinst, das sind alles bezahlte Klaköre? Ja klar, genau. Wir kriegen nie Gage. Das habe ich selbst noch gar nicht gewusst, habe ich gerade erfahren. Bei yourchance.de habe ich mich angemeldet und dann durfte ich noch zwei mitnehmen und da habe ich zum Muttertag meine Schwibu und meine Mutti. Man lernt neue Leute kennen, wir haben uns gerade kennengelernt. Es macht auf jeden Fall mal Spaß dabei zu sein. Dabei sein ist alles, sag ich immer. Seit Jahren sind wir schon Fans. Da ist das Signum drauf, hier ist auch noch was drauf, da können wir gucken. Die Dreharbeiten, das hat uns jetzt mehr immer interessiert. Schon lange ist die lief, schon zu tiefsten DDR-Zeiten. Ja, das ist ganz aufregend, wenn man hier so mal ein paar Schauspieler rumspringen sieht. Das ist ganz aufregend. Das ist ganz aufregend. Dann Achtung bleibt nach oben. Oh, bitte geht's los. Und – bitte! Abgebrochen! Und – bitte! Und – bitte! Tschüss! Jetzt brauche ich ein Konzertatmosphäre, okay, dann wünsche ich mir wirklich Spaß. Jetzt sind wir Fans wahrscheinlich, zum großen Teil von uns wahrscheinlich. Das ist erstaunlich, dass die so viel aushalten, weil das ist ja echt anstrengend und lange und warm vor allen Dingen. Die sind super drauf, die Jungs und Mädels da draußen. Wir freuen uns alle, wie Sie sich, dass ihr hier schon gekommen seid und jetzt zum Tag hier zu Hause steht. Für uns ist natürlich ein ganz besonderes Konzert heute. Auf euch liegt heute eigentlich die Hauptlast, weil ihr müsst natürlich von jetzt bis zum Feierabend die ganze Zeit so tun, als hört ihr es das erste Mal, als schreit ihr es das erste Mal. Ich hoffe, ihr habt alle eure Texte parat. Guckt bloß nicht in die Kamera, kein Hallo-Obi und kein Blut in die Kamera und genießt das. Ich weiß nicht in die Kamera, der mir spricht. Ich weiß nicht, dass kommt der Krebel durch die dritte Stadt. Er macht die Pflastersteller oder die Straße durch die濟este Platz. Aus meinem Ausbruch fällt ein Gerhard-Fürzchen-Pisch Der Hüttler und der Dunkelheit ein glattes Kindsgeschicht Ich nehm das Rädel, in der du kommst, die ist komm heiß egal Und wir sollen die Säme erworben, umsatzung nach dem Tag Batallion der Ruhr Batallion der Ruhr Absolut spitze, also wirklich super Sehr mutig, Batallion der Ruhr zu bringen, habe ich das erste Mal wieder live gehört Geht immer noch unter der Haut, ist ein Erlebnis Geht immer noch unter der Haut Geht immer noch unter der Haut Batallion der Ruhr 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 Ihr habt das bis jetzt super geil gemacht, ihr werdet jetzt noch besser werden Wir wissen es, danke, dass ihr da seid für uns Bald werden wir uns revanchieren mit einem neuen Album Kommt zu unseren Konzerten, ihr seid die Größten Ja, 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 ja.